Die Welt ist ziemlich gefährlich. Sogar hier, in Numbani, haben wir etwas gebraucht, das uns beschützt. Auftritt der OR-15 Abwehrbots. Das alte Idina-Modell aus Zeiten der Omnikrise wurde komplett überholt. Damit waren wir sicher. Jedenfalls eine Weile. Ich war am Flughafen, als Doomfest angegriffen hat. Die armen Bots hatten keine Chance. Alle haben dich aufgegeben. Aber ich habe gesehen, was du sein könntest. Also habe ich dich zusammengeflickt, deine Programmierung verbessert und dir ein Herz gegeben. Neues Persönlichkeitsmodul installiert. System Neustart. OR-15 Online. Nein, das passt nicht. Jeder große Held braucht einen richtigen Namen. Wie wär's mit... Orisa. Ich habe dich stark und mutig gemacht. Du musst noch viel lernen. Und du vermasselst bestimmt ein paar Sachen. Aber ich weiß, in dir steckt die Heldin, die wir brauchen. Mein Name ist Orisa. Ich sorge für ihre Sicherheit. Das ist meine primäre Funktion. Oder liberende Urge. Das ist eine bestimmte Untersuchung. Wasra. Oder immer. Oh Gott. Oder immer. Das war's mit dir. Ja. Das war's mit mir. Alles hat mir. Das war安 Ron.